Hallo, da isch! Denk freue ich mich natürlich ganz besonders, dass mein Vater nach einer Querooperation sich wieder super erholt hat und ja, wie soll man sagen, gerade von mir eine wirklich unentfehrliche Hilfe ist. Ganz hinten, das winkt schon. Unser Kindertisch. Jetzt darf ich noch einmal schreien. Hau! Ich hab jetzt nicht mehr vergesst. Ich hab jetzt nicht mehr vergesst. Ich hab jetzt keine Nerven vergesst. Und wenn's halt doch so sein sollte, mich schalt auf dem Weg. im besten Wege wuchtig zu werden. Und den ist halt der oder diejenige, die diese Gäste hat hiermit auch recht herzlich begrüßt und auch vorgestellt. Ja, liebe Gäste, ich glaub das Buffet ist zum ersten Sturm bereit. Wir vielleicht alle schon an der wunderschönen Tischdekoration feststellen. Alles in so einer mediterrane Flair. Das hab ich mir auch so gewünscht. Dafür möchte ich mich mal ganz, ganz herzlich bedanken und hier beim Nachbappen der Andrea für die Super Dekoration. Komm!